Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Rest Niveau 7 Jetzt mal haben wir so eine komische Kreatur gefunden Naja, die war ein bisschen... Ich verlauft Aber die hat da viel ausgesteckt Viel eingesteckt Viel geschluckt Gespeichert Oder wie das so viel kommt, ne? Ich habe extra Munition gemacht Ich habe extra Munition gemacht Oh shit, Alter Das war so klar Shit, fuck Einen habe ich noch nicht hier Hol die Peperoni Das war so klar Oh man, du... Oh man, du... Ich bin schade am Arsch Vielleicht im Bett bin ich noch für einer, aber mehr nicht Oh, ich bin noch ein Was bringt das hier jetzt zu sein? Oh, ich höre es schon... Was bringt das hier jetzt zu sein? Starke Flüssige... Ah, das ist das Rotium... Sollen wir das hier alles einfach durchwaschen oder was? Komm ich wahrscheinlich nicht durch, ne? Komm ich wahrscheinlich nicht durch, ne? Hm 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 Oh shit Warte ich aus den Tricks? Ich habe keinen Bock gehen, dass das kommt jetzt Ich bau z'made, bau die Schickschnack, Eier ab Komm her, Ank Komm her, ich fick dich Ank, ich fick dich Ich komm später noch Pistole-Motion Karte, wo sind wir? Das interessiert mich eh nicht, ich glaub wahrscheinlich Brabe, Weg-Punition Dann fick ich den jetzt erstmal Wir wissen, was da ist Was ist denn das Vieh? Oh Fuck Was? 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 Mann, schlitzschuppel. Sie ist genug, zu viele Munitionen abzugeben. Oh, ja, komm. Ich hoffe, es lohnt sich, da hinzugehen. Nervt mich nicht, Alter. Nur in so'n 4, ey. Oh, ja, zisch. Oh, okay. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Was soll ich jetzt hier machen? Ich habe später. Ich habe es heute hier. Ich habe es heute hier. Du musst mir aber zu viel kicken, ne? Aha! Skorpionschlüssel! Ich komme hier noch. Ich komme hier noch. Was passt dann da rein? So. Guck, nehme ich mal die Scheiße jetzt mal. Was ist das? Oh, ich komme hier. Ja. Ich habe einen kleinen Bischi vor. Was ist das, was ich bin der Milizier? Ja. Ich habe einen kleinen Bischi vor. Oh, nervt mich mal nicht, Mann. Oh. Die nerven, Mann. Nervt mich mal nicht. Das liegt nach Kot, Mann. Okay. Erstmal. Mehr Munition mitnehmen. Und nur noch auf die Köpfe schießen. Rein. Schau dich nicht rein. Ich brauche Platz. Voll, ne. Das Messer nehm ich doch mal lieber mit. Ja. 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 Das wird anstrengend. Der Part wird anstrengend. Komm ich nicht los, ne? Ja. 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 Nein, nein, nein. Ja. 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 Die Zeit des Todes. Kommen wir hier noch mehr rein? Das war's für heute. 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 Ah, deswegen muss ich mich nach unten Nein, nein, ich habe noch eine Munition Damit muss das klappen Das lege ich jetzt mal wieder hier Hier im Platz Beiger mal Und jetzt gehen wir mal eine Runde Okay Ich glaube, jetzt können wir wieder ficken Ich muss mal gucken, wie viel Schaden ist der Tumor Okay, komm her Okay, ich mache mich jetzt aber Hey, ich mache mich jetzt aber Ich mache mich jetzt aber Oh Wie viel Zeit da noch aufmacht? Ich will mich verarschen Das ist schon die Stöhne da, das ist einfach die Stöhne. Das ist schon die Stöhne da, das ist einfach die Stöhne. Oh, das hat nicht die Trichertschtafel gebraucht. Was soll ich jetzt machen? Das ist einfach die Stöhne, das ist einfach die Stöhne. Ich bin gerade aus dem Schiff. Das ist einfach die Stöhne. Okay, das ist einfach die Stöhne. Ich bin gerade aus dem Schiff. Ich bin gerade aus dem Schiff. Was mache ich jetzt? Ich habe keinen Dietrich mehr. Hm. Ok, ich suche Dietrich, aber ich habe keine Frage. Und das ist der Hundekopf, der links ist aber in ein Wohnzimmer. Ich gehe jetzt einfach in ein Wohnzimmer, das du. Ich hoffe hier, alle sind tot, dass ich nicht nochmal alle killen muss. Ich erzähle, das Raum ist doch hier, oder? Nee, du warst schon da, ich stinke. Gut, dann speichern wir sich das Geld ab, ohne. Oh! Oh, Alter. So, dann würde ich auch sagen, das war's für die Folge. Nein, ich wollte eigentlich zu machen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder auf dem nächsten Mal! Euer Rest Das ist der Witzig. Tschüss.